Ich darf Ihnen vorstellen, Startnummer 115, immer wieder für uns auf der Bühne, danke Johann, Herr Johann Gontner. Und Sieg für Startnummer 116, heute zum ersten Mal für uns, Per Kiole Hassan. Mit Ihrem vierten Krayon nach rechts. Noch einen vierten Krayon. Noch einen vierten Krayon. Und wieder von vorne. Doppelbieter von vorne. Danke sehr. Bitte sehr, Sie sind ein ganzes Kursdose von vorne. Danke sehr, Sie sind ein sehr guter Kursdose. Danke sehr. Danke sehr. Seidnummer Drittsens, bitte. Danke sehr. Nun von rückwärts. Doppelbizeps mit Waden. Danke sehr. Nun eine Patristinus-Pose von hinten. Danke sehr. Bitte von vorne. Bauen wir mal. Beine. Danke sehr. Und einen Post Rastolabose nach dem Kloß. Danke sehr. Danke. Ich darf euch wieder hinter die Bilder bitten zur Vorbereitung auf euren Kürvorträge.